ja das ist eigentlich immer noch so mit den darts oder mit dem mess auch aber musste dann auch schon bisschen besser aus der nähe kommt oder aus der nähe schießen ja erb in der nähe sein so mein ich die musste nur in der nähe halten dann kippen die schon um na hey hinter der ecke falls du irgendwo keine wasser fügt einer rum sehr gut kann es einfach mal auf mir spawnen wurde wiederbelebt das ist praktisch ja hey beweg dich danke da haben wir wieder so toll gehabt schön blockiert werde ich schon wieder zu viel der typ von uns nee nee von den gegnern der selbe der immer zu fielig ach so oben am balkon bei c nach vorhin ok wiederbelebt wurden einen getötet und tot ich wurde auch wieder blick das wird immer auf hilfe ach kennst du kennst du diesen bug du wirst wiederbelebt dann hast du auf einmal irgendwie das waffenmodell in der hand aber schießt irgendwie mit der pistole ach so da gibt es auch so einen schönen bug hatte ich gerade so schön mit f2000 erstmal magnum schüssel ach so cool oh nein besser sie doch ich habe eine granate geworfen aber ganz oben da zum thema messer ich glaube ich habe das gefühl wenn ich so in panik geraten drüge ich mit der handfläche auf alle tasten so so fühlt sich das zumindest an ich schätze mal das licht aber einfach daran dass du nicht ganz so an deine tastaturbelegung gewohnt ist sag ich mal die routine ne ja ja eben da habe ich sagen gucken wir so hier ich glaube rechts muss das sein genau wo er hier rummückt oh von hinten oh bist du da oh ne von der seite oder auch zu früh ausgelaufen ich dachte ich warte eben bis die granate bämmt und dann laufe ich los und das war genau andersrum laufe ich los dann die granate bämmt uuuh ach man ah auch gut wo für crosscorders eigentlich auch ganz gut ist ist ähm wenn du dich an deine maus jetzt gewöhnen musst oder gewöhnen willst an eine neue oder generell ja weil du dich halt hier sehr viel bewegst und je mehr du dich bewegst desto mehr äh ja gewöhnst du dich ja eben an deine maus dann ach so ja klar wie in echt je mehr du dich in deiner maus bewegst ja gewöhnst du dich dann ran wieso habe ich das gefühl dass du da nicht ganz äh reine gedanken hast reine gedanken und befreie deine gedanken ach wie wir drinnen haben oh manu kill durch niederhalt holy shit voll viele von den anderen oh schade auch locken danke usa 12 penner warte mal ich war gestern immer defi kill ich glaube ich trete mich gleich mit so einem gelben zettel am monitor ja es ist auch schwierig ach manu mt aber da bin ich wieder unter mich wieder weg aber ist eine ziemlich große waffen vielfalt hier ne also die rennen nicht alle mit derselben waffe rum echt ich werde irgendwie immer von derselben waffe erschossen ich bin ich bin von selben typen ne das nicht aber entweder sie viel oder oh oh Hilfe wo ist das was los rechts von c oh wie ich gerade da um die ecke rauskomme da stehen auf einmal 5 mann vor mir Oh, die Granate könnte so nah sein. An der Gegend. Wie, keiner gestorben von der Granate? Ja, verstehe ich auch manchmal nicht. Da stehen ja 30 Leute rum. Ja, ne? Ich habe meine Granate gerade irgendwie fünfmal geworfen. Keiner tot. Was lassen wir mich? Blindgänger oder was? Hat nur Puff gemacht. Ja, wahrscheinlich. Luftballon. Da sind zwei. Der schießt doch. Die laufen so schnell um die Ecke rum. Oh, da wird ein geiler Pool jetzt da unten. Links neben dir. Warte. Doppelter Kill. Du bist willkommen. Oh. Ich helfe dir auch mal, Todwahrer. Ab wieder in die Richtung. Oh. Wo sterben die denn hier alle? Oh. Ja, hey. Ja, 48 habe ich schon gemacht. Oh. Oh. Ich glaube, hier sind noch irgendwie ein paar. Ich glaube, hier sind noch ein paar habe ich gewohnt. Later, man hat. Es sollte helfen manchmal, ne? Aber C ist wieder die Party. Oh. C? Ich bin da da auf dem Weg nach A. Ja. F3000 Star. Yeah. Ui. Da hat gerade einer versucht mich zu messern. Das ist ihm nicht grenzgelungen. Oh, Mist. Jetzt haben sie mich mal gesehen in der Ecke. Die war jetzt geil. Ach. Unter der Treppe schön. Ja, ja. Ich bin weg. Ich will leben. Oh, M1014. Warte, warte. Was ist er denn? Unter der Treppe. Ah, sehr gut. Hupf dich. Ich geh mal hoch hier. Hier auf der anderen Seite. Achso, da bist du. Ja. Hier oben sieht aber eigentlich nicht ganz gut aus. Ja. Da hinten schon wieder. Och, Mann. Den hätte ich doch fast erwischt. Vor allem, wie zwei da dran vorbeilaufen, ne? Ja, ne? Ich muss es gerade sagen. Da laufen echt zwei da dran vorbei. Gut, wenn man nah dran ist, dann börstet man ja eh nicht mehr, ne? Dann hält man... Ne, 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 ne. Eh nur drauf, ne? Ja. Ja, ich börste bei der eigentlich auch nur, wenn ich wirklich ins Visier gehe. Oh. Also hier, ne? Wenn ich die Waffe in den Anschlag kriege. Wie sagt man? Keine Ahnung. Du meinst Ziels. Ja, ja. Zielen. Ach, zielen ist ein gutes Wort. Merke ich mir. Genau. Genau. Nennen wir es zielen. Sehr gut. Finde ich gut im Vorschlag. Ist genehmigt. Obwohl habe ich oft, dass ich irgendwie ein Wort im Kopf habe und dann es nicht rauskommt. Ja, vor allem, wenn du, wenn du halt eigentlich, ähm, warte, ich hab's gleich. Ui. Ja, da sind noch ein paar, warte. Ja, die spawnen ja gerade alle. Ach. Ja. Die spawnen echt alle da. Ja, wenn du voll in der Action bist vor allen Dingen. Ja, ja. Das geht mir manchmal auch so, wenn ich stream oder so. Also, da fragt mich einer was und ich fang dann an zu reden und dann kommt da irgendwie, kommt da so ein paar um die Ecke und dann, ja. Das war's. Nee, das nicht. Ich bin dann so fokussiert, dass ich vergesse zu reden. Ach so, ja. Ich habe auch einen Kollege, dass, ähm, wenn der, sag ich mal, Call of Duty zockt, mit dem kannst du gar nicht mehr reden. Echt? So richtig krass? Ja. Also, wenn der sich dann konzentriert, dann ist es vorbei. Das ist wahrscheinlich eine Übungssache, ne? Denk ich mal. Ja, glaube ich auch. Du müsstest ja wirklich auch mal üben. Einfach mal ein bisschen was quatschen, äh, weh denn, wenn man spielt. Och, mein perfekter Defi-Kill wäre das jetzt gewesen. Mann, oh. Ja, sup- Ja! Kill ist jetzt 75, kill ist jetzt 90, kill ist jetzt 66. Da, äh, kommt Freude auf. Ich hab den toten erst mal Medikit hingeworfen. Nur mal so sehr. Falls er doch nochmal irgendwie den Wunsch verspürt, aufzuwachen. War so schlecht, sah der ja gar nicht aus. Ja, nur so Kopfschuss, ne? Oder so. Genau. Finde ich eh geil. So ein toter Soldat. Doch, du hast mir ein Leben gerettet. Ich hoffe, aufgrund von solchen Spielen gehen nicht Leute zur Armee. Äh, das, äh, wäre schlecht, glaub ich. Ja, kommen wir mit dem Defi und dann bin ich wieder da. So, warte mal. Ja, hey, stimmt doch mal. Da hält er nicht viel von. Granate! Und weiter rennen. Ja, ne Granate, genau. Ach, Mist, wie ich vorbeigelatscht bin. Oder hab ich doch noch eingenommen, ne? Nur neutralisiert. Oh, die sind schon wieder auf C. Ah, ich komm mit. Ja, hey. Bleib doch stehen, ma, jetzt rennt der weg. Alle, alle schön ab, oh, ja, genau. Dieser Supporter schon wieder. Spiele hart, aber fair. Oh. Ne, da geh ich nicht mehr hoch, da hab ich Angst. Wie hier halt einer mit dem EOD-Bot langfährt. Ja, da freu ich mich auch manchmal, was machen die denn? Äh, assignments. Die Map dauert so lang, da fahr' ich mal ein bisschen mit dem Bot rum. Ja. Ah, Treppe. Nein, auf der Treppe. Genau der. Hat er dich? Ja, aber irgendwie hat mich wieder aufgehoben. Na, alles gut. Da kommt schon wieder einer mit dem Laserpointer. Oh, nachladen, ladd nach. Oh, Mann. Ach, schade. Ich dachte, er würde weiter geradeaus gucken. Das wäre geil gewesen. Mich haben sie auch ungenietet. Aber steht doch eigentlich ganz gut für uns, ne? Ja. Auf jeden Fall. 200 Tickets, 215 Tickets, um genau zu sein. Der Peter, der könnte auch Suppression nehmen. So. Dafür müsste er mich hören, aber ich mein nur. Ach, stimmt. Da haben zwei dort selbe, ne? Ne? Genau. Berg, Berg-Stacking ist eigentlich nicht so. Warte, 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 warte. Vielleicht schaff' ich's noch. Äh. Weißt du das? Ne? Nö. Aber der Penis. Heißt der auch Peter? Äh, ist doch, ne? Glaub ich so. Kommt vom Nick her so. Das muss sein, ne? Hilfe! Vielleicht hat's auch irgendwie was anderes... Äh! Ja! Spawn die jetzt eigentlich hier, oder was? Ernsthaft? Ich musste mich grad regenerieren da oben. Boah, wie viel hier unten rumrennen wir doch? Der Peter, oder wie auch immer heißt es lag. Leider im Gebüsch. Das find ich auch doof, dass man den Gebüsch nicht, äh... wiederbeleben kann. Ja, trifft jemand einen Ast oder so, ne? Den Strom wegleitet. Ja, wahrscheinlich. Wenn der Busch noch feucht ist, dann... Ah, ne, warte, da sind wir wieder woanders, ne? Die Theo, die hab ich auch noch nicht gehört. Ich kenn nur, je kleiner die Büsche, desto größer der Baum. Hab ich mal gehört. Ach, Mist, ich wollte bei dir spawnen. Ja, dann... Mach das doch mal. Dann warte, ich kacke eben noch mal ab. Ja, genau. Defikates! Oh, schade. Einfach mal rein in die Menge. Das ist, glaube ich, auf Plusquotas schwierig. Da hast du wahrscheinlich auf einer größeren... Äh, größeren, nein. Aber größeren Map hast du wahrscheinlich mehr Glück, weil, äh... Da die Tendenz höher ist, dass sich Leute irgendwo in der Ecke hocken und, äh... Nicht allzu viel bewegen. Ach ja, stimmt. Okay, dann versuche ich das woanders nochmal. Ich wollte mich jetzt, bevor die letzten Tickets ablaufen, nur warte, ich hole einen. Da musst du ja aber sporten jetzt hier, ne? Ja, ich hab das Gefühl, ich lauf da noch schneller. Los! Drei noch! Hier ist ja keiner. Oh! Wie blöd, so rennen die ganze Zeit durch. Aber das war doch mal eindeutig hier. Aber die Runde ging doch mal, ne? 42, 27? Ja. Ja, doch. Ne, was hattest du? 42, 27? Ja. Ne, 42, äh, 46, 21 sogar. Oh, cool. Na? Sollen wir nochmal eben die ganzen Belohnungen abwarten? Okay, das war's. Ich drück die immer weg. Ich guck mir das immer an. So, na gut, dann sag ich einfach mal, bis im nächsten Game mit Kravitz und mir. Tschö! Tschö!